Natürlich. Jungs, wir sind Löwen. Wir machen das, ja? Alle auf die Kölzer. Genauso wie gerade eben. Verarscht ihr mich, Merda? Seid ihr eine Tanzkräfte geworden? Hermanos! Übertreibt es nicht! Antonio! Oh mein Gott! Das ist ein dicker Schein! Oh mein Gott! So unnötig! Mann, das ist ja scheiße! Ihr wisst, was es ist! Mein Gott! Ihr seid ohne, dass irgendein Schwanz gesagt hat, aussteigen. Und mit irgendeinem Schwanz meine ich mich. Hab ich noch was? Sonst habt ihr eigentlich alles gut gemacht, ne? Ihr habt ja gesehen. Wenn man auf den Caller hört. Dann klappt's, ey. Sehr gut, Antonio. Danke dir, Antonio. Wirklich. Kein Ding, mach ich gerne. Antonio hat meine Träne vergossen. Dann gehen wir jetzt in die Scheiß nächste Runde, Hermanos. 102. Jetzt kommt K.O.